Hallo Freunde, ich war bei Rossmann und habe mir diese Locario Box gekauft. Hier sind die anderen Figuren, aber die waren nicht bei Rossmann. Aber ich habe mir dann die Locario Box gekauft, weil die so cool war. Ich mache die jetzt auf. Hier noch. Nachdenken, wir haben die Schwoche ges�t. Ich nehme diese Schwoche. Hier ist der Sender von die Figur. Jetzt kommt das. Oha! Wie geil! Und hier ist die Figur. Oh, ich brauche wieder die Servo. Deswegen ist es noch nicht frei. Einmal. Hier noch einen und dann den anderen. Zweimal. Und dreimal. Jetzt die Figur. Bei den Füßen auch noch. Wir haben sie jetzt. Der Arme. Jetzt. Jetzt hat er endlich mal Feuerhals. Ich hole mal jetzt den Sender. Wo machen wir das jetzt? Hier. Okay. Warte. Warte. Ich muss mal gucken. Oh mein. Das ist hier. Hier. Warte. Ich finde das gerade nicht. Ich mach mal das so. Ich muss mal das nennen. muss das jetzt so hier einkommen ich habe das in der mutter nicht gesehen jetzt jetzt habe ich es wie cool jetzt kommen wir mit den boostern jetzt öffne erst die tür am besten und glorkminze und gold. und ein Strahlen ist er, und Astral-Glanz. Nicht ganz okay. Was wird da aber jetzt und sein, ist die Frage. Ich öffne mal. Ich habe lange nicht bei Astral-Glanz geöffnet. 3, 4, okay kann mitgemacht ist er aber auch im hit drin dass die frau greife silvana hizuri okano hizuri holte war die romanz bonita brunzel hizuri bassoft 4 kartenträger macht was er mir geht sind hier ehrgeiz klick klick klack barry pukanse picozella panflamm palim palim goldbeet jute toast und ein labros aber wir haben noch zwei boostern können noch etwas ziehen was wird das denn sein ist die frage ich habe es um ein hitlos morgeln zwei boostern mannigst und nicht energie von drehen die lummi sproß fosbronio sweeps terap energie wahlgüttel pam 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 so wieder drei b und ein zeitgegans volum letztes booster was in die fellerie magnetilo geosalie mit trägt tafokit amulett der tafelhappheit hypnomorba wanne energie ein lockt trocken und ein hariyama holo und jetzt abonniert endlich mal noch mal lecken dieses video